hi und herzlich willkommen zu meinem ersten youtube video hier arbeite ich so sieht das bei mir aus ja wenn wir jetzt unseren unser büro mal hier zeigen so sieht auch mein arbeitsplatz hier unten aus und ich zeige euch noch mehr und zwar laufe jetzt einfach mal durch mein büro vor dieser wand drehe ich sehr oft videos das heißt hier werdet ihr öfters mal mein gesicht vor dieser wand sehen hier ist auch ein besprechungstisch wo meetings stattfinden so sieht das alles aus hier gehen wir mal raus in das büro von basti und meinen restlichen mitarbeitern es ist auch spät nachmittag deswegen ist es schon oder fast abends deswegen ist es sehr leer hier hier sitzt meine assistentin und buchhalterin und hier haben wir natürlich auch einen der wichtigsten sachen in dem raum guckt euch das mal an was hier steht und zwar hier richtig cool kicker wenn ihr euch diesen hier anschaut den habe ich jetzt ein bisschen manipuliert so und jetzt will ich euch mal verraten was auf euch so zukommt ich werde in meinem youtube channel ein bisschen über facebook sprechen ich werde euch ein paar anleitungen zu facebook ads geben immer wieder neuigkeiten berichten was ich so treibe wo ich auf nächsten konferenzen oder seminaren sprechen werde und ja ich werde halt immer wieder auch mal neue sachen rein posten die euch in zukunft erwarten mit mir oder mit meinem team zusammen vielleicht ist das jetzt ein bisschen amateurhaft fürs erste video aber ich finde super denn so bekommt ihr mehr input mehr content von mir geliefert außer nur in der feines audience academy und in der masterclass die hervorragend läuft und vor allen dingen wirklich ein gigantisches netzwerk inzwischen aufgebaut hat wo leute sich austauschen und über ppc über facebook ads über affiliate marketing wie sie online geld verdienen ja richtig richtig kohle verdienen denn die academy ist der einstiegskurs und danach geht es weiter zur masterclass und in der masterclass ist eigentlich das ziel fünf bis sechsstellige profite zu fahren und aus diesen ganzen ja tricks hacks die ihr da drin bekommt werde ich immer wieder mal berichten und euch zeigen ja was möglich ist im facebook marketing im affiliate marketing und vor allen dingen über ppc und ja daher habe ich mich entschieden 2019 ein spannendes jahr ich habe mir sehr sehr viele ziele vorgenommen da habe ich mich entschieden auch bei youtube nicht nur bei facebook meine videos zu zeigen und in der werbung machen sichtbar zu sein sondern auch hier bei youtube mal ein channel zu starten und euch immer wieder neuigkeiten zu berichten und vor allen dingen auch tipps und tricks geben im bereich von facebook aber auch im online bereich wenn immer wieder irgendwas spannendes auf mich zukommt werde ich euch darüber berichten ich würde euch natürlich auch gerne eure fragen beantworten vielleicht starten vielleicht starten wir auch mal sowas dass ich statt immer wieder auf instagram q a tag mache das mache ich jeden mittwoch den ersten mittwoch im monat dann kann man auch sowas auch mal live aufnehmen bei youtube also ich freue mich das ist mein erstes video auf unserem youtube channel auf meinen youtube channel mit der feine sortens academy und mit mir david zubelski zeit gespannt es wird sehr sehr viel content für euch vorbereitet also macht's gut ciao